die haben noch einen steinwerfer unschön also ja ich werde in dieser folge am besten noch gucken was ich vom super als erkunden können da werden wir in der nächsten folge erst das monument besetzen dann haltet männer rohnenkrieger zu mir die linien müssen halten okay der verdammte waldwächter dem wollte ich eigentlich nicht unbedingt das ist ein hinterhalt die folgen mir alle ziemlich gut okay das ist ein hinterhalt vorsicht gegner so zone der heilung das ist ein hinterhalt wir werden angegriffen okay sie will unbedingt den verdammten waldwächter verdichten dann halten männer okay der zu treffen ist aber auch nicht gerade leicht na gut er ist auch ein level höher als wir rohnenkrieger zu mir das ist ein hinterhalt das ist ein hinterhalt gut gibt es da hinten nochmal so ein waldschrat 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 nein ich sehe bis jetzt na doch ein verdorrter waldwächter waldwächter okay dann halten männer ja waldlinge sind jetzt nicht so die das thema sind nämlich nicht stark Waldschrate gehen gerade so und ja, verdorrte Waldlinge halt. Dann halt den Männer! Wenn Lena sie einfriert ist, ist es sogar noch praktischer. Das ist ein Hinterhalt! So, genau. Schronenkrieger zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Schronenkrieger zu mir! Genau. Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! 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 Das ist schnett! Das ist schnett! Das ist schnett! Wir freuen uns, an uns, damit being mal lanç sein! Schんな dich! Soll ich! Soll deine Distanz! Das ist ein Hat! Doch! Oh, einen Krieger zu mir. Okay. Linien müssen halten. Geh weg, ich will nicht mit dir kuscheln. Linien will aber scheinbar mit dir kuscheln. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen. Okay, nicht so schön. Komm mal mit, ziehen wir uns erstmal richtig zurück. Dann warten wir mal, bis unser Mana gereckt hat, dass wir uns selber heilen können. Dass wir auch Lena hochheilen können. Der scheint da nämlich voll auf Lena abzufahren. Okay, hier ist ein leeres Lager. Kommen wir mal von hier oben. Mal gucken, außer dass hier der Zugang ist. Gehen wir mal ein bisschen erkunden. Also ja, das gibt Lena Zeit zu heilen. Oh, hier ist was. Da ist sogar was sehr praktisches. Ich habe irgendwie in diesem Durchlauf mehr Glück, was die Zone mit der Zone der Heilung ist. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Okay, das ist Aua. Mal kurz gucken, was haben die bei hinten bewacht. Ist hier drin überhaupt was? Hier ist ein Weg rüber zu der Hülle, wo wir waren. Und hier geht es eigentlich nur da hin zurück. Okay. Hier scheint es auch noch was zu geben, wenn wir die Trolle ausgeschaltet haben. Also ja, jetzt können wir uns den davon knüpfen. Wenn wir das gemacht haben, die Trolle plündern, speichern. Und einen Cut erstmal machen. Dann decken wir nämlich in der nächsten Aufnahme-Session kurz nochmal den Sumpf ein bisschen auf. Ohne Krieger zu mir! Die Linien müssen halten! Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! So, mal kurz weggehen. Damit er wieder Lena haut. Die mich heilen kann. Die Linien müssen halten! So. Das heißt, wir können jetzt die Höhle lindern und speichern. Gut. Gut. Menü, speichern. Überschreiben, ja. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich. Und dann geht's sich. Zwei. Vielen Dank.